Es ist endlich soweit, mein neuer Film über die kurdischen Gebiete Syriens kommt diese Woche zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Was euch da erwartet, das erfahrt ihr jetzt. Ziemlich genau zwei Jahre ist es jetzt her, dass ich mich zusammen mit meinem Field Producer und gutem Freund Joan aufgemacht habe, und zwar in den Nordosten von Syrien, wo ich unbedingt einen Film drehen wollte über den damals aktuellen Stand und das Leben der Menschen in den kurdischen Gebieten. Und endlich ist es soweit. Zwei Jahre Arbeit haben sich gelohnt und diese Woche, am Donnerstag, den 12. November 2020, kommt dieser Film auf Phoenix zum ersten Mal im Fernsehen. Und in diesem Video möchte ich euch einen ganz kurzen Eindruck geben, was euch da denn so erwartet, mit welchen Menschen wir gesprochen haben und was für Erkenntnisse wir vielleicht mitgenommen haben. Der Film ist ein klassischer Roadtrip, das heißt, wir hatten nicht wirklich viel vorher geplant, sondern wollten uns einfach darauf einlassen, welchen Menschen wir vor Ort begegnen und was die uns zu erzählen haben. Und das ist auch völlig im Zentrum dieses Films, die Menschen vor Ort und ihre Geschichten. Das, was sie als wichtig erachten und das, was sie wollten, das wir der Welt erzählen. Es beginnt mit der Überquerung des Tigris von den kurdisch-irakischen Gebieten rüber in die kurdisch-syrischen Gebiete, in das Gebiet, das heute hauptsächlich Rojava genannt wird. Unsere erste Station war das Dorf Mosalan, das heute fast völlig entvölkert ist und wo die letzten, noch verbleibenden Einwohner uns erzählen, wie das Leben denn heute so ist, seitdem das Wasser weg ist und seitdem viele, gerade junge Männer, vor dem Krieg in Syrien geflüchtet sind. Weiter ging es dann nach Karmischloh, wo wir mit einer Journalistin sprechen konnten, die uns erzählt, auch wie sich das Leben geändert hat in dieser größten Stadt der syrisch-kurdischen Gebiete. Wie das Leben anders geworden ist durch sehr, sehr viele Flüchtlinge aus anderen Teilen Syriens und vor allem, was diese große Unsicherheit für die Menschen bedeutet, wie es denn weitergehen soll. Ich erinnere daran, das war 2018. Das war ein Jahr, nachdem der IS offiziell besiegt war und auch ziemlich genau ein Jahr, bevor die Türkei in Rojava einmarschiert ist. Das heißt, es ist ein Zeitdokument aus einer Epoche, die jetzt leider schon Vergangenheit ist, aber es zeigt sehr gut, welche Ängste die Menschen damals hatten und welche sie wahrscheinlich heute genauso haben. Wir konnten mit Menschen sprechen, die direkt neben Ölraffinerien leben, sehr steinzeitlichen Ölraffinerien, die jedes Mal, wenn die Sonne untergeht, anfangen, ihr Ölmüll, ihre Abfälle zu verbrennen, was zu unglaublicher Luftverschmutzung führt. Und die Menschen dort erzählen uns, was das für sie und ihre Kinder bedeutet, nämlich unter anderem Lungenkrankheiten, Hautausschläge bis hin zu Fehlgeburten. Wir sind weitergefahren nach Westen und zwar nach Kobane, eine Stadt, die vielleicht viele von euch noch kennen, die zu einem Symbol wurde für den Kampf gegen den islamischen Staat. Wer sich nicht mehr genau erinnert, Kobane war wirklich fast erobert. Kobane, eine Grenzstadt, direkt an der Grenze zur Türkei, war bis auf wenige Häuserzeilen von den Islamisten erobert und nur durch massiven Einsatz von kurdischen Kräften aus allen kurdischen Gebieten und der Unterstützung der USA durch Luftschläge konnte diese Stadt vom IS zurückerobert und befreit werden. Und auch heute sieht man die Narben, die diese Schlacht hinterlassen hat. Unter anderem in zerstörten Gebäuden, aber auch ganz besonders in den Herzen der Menschen. Und das wird deutlich, als wir auf dem großen neuen Friedhof in Kobane waren, wo tausende von Kämpfern, gefallenen Kämpfern heute liegen und wo wir mit jemandem sprechen konnten, der seinen eigenen Bruder in der Schlacht gegen den IS verloren hat. Nach Kobane haben wir die hauptsächlich kurdisch dominierten Gebiete verlassen und haben uns auf den Weg nach Raqqa gemacht. Raqqa, das war die inoffizielle Hauptstadt des IS, von wo aus dieses islamistische Kalifat sich seinen Terrorweg durch ganz Nordsyrien bis hin in den Irak gebahnt hat. Und wir waren da ziemlich genau ein Jahr, nachdem Raqqa letztendlich zurückerobert werden konnte. Und wir haben im Stadtzentrum, wo früher Menschen getötet, enthauptet, gekreuzigt wurden, haben wir mit den Leuten vor Ort geredet, in sehr, sehr angespannten Interviews, weil wir da hauptsächlich wirklich nur 10 Minuten, 15 Minuten an einem Ort verbringen konnten, weil die Sicherheitslage heute noch sehr, sehr, sehr schlecht ist. Ich weiß, ich glaube, einen Tag bevor wir da waren, gab es einen Anschlag, gab es Gefechte. Am Tag, als wir da waren, gab es einen Autobombenanschlag. Man sieht also, die Lage, zumindest 2018, war immer noch sehr, sehr gefährlich. Und nach Raqqa kamen wir zum vielleicht schwierigsten Interview, das ich in meiner bisherigen Karriere führen konnte, nämlich mit einer Deutschen, die sich dem IS angeschlossen hat. Und hier haben wir viele Fragen gestellt, die uns dann während unserer Reise die ganze Zeit gekommen sind. Warum Menschen aus Deutschland unter anderem in dieses Gebiet gehen und derartige Verbrechen begehen, derartige Grausamkeiten unterstützen. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten. Es sind sehr viele harte Fakten, hat sie nicht genannt leider. Aber sie hat dann doch, glaube ich, ein sehr aufschlussreiches Interview gegeben, um zumindest zu verstehen, was in den Leuten vorgeht und wie Leute ticken, die sich dem IS angeschlossen haben, gerade auch aus Deutschland. Also, wenn ich euch jetzt ein bisschen neugierig machen konnte über den Film, der den Titel vernarbtes Land trägt, dann schaltet einfach ein. Donnerstag um 16 Uhr. Das ist Donnerstag, der 12. November 2020 auf Phoenix. Und ich hoffe danach auch in der Mediathek, wer den Film um 16 Uhr verpasst und nachts noch das Bedürfnis hat, ihn zu sehen, um 3 Uhr nachts wird er nochmal ausgestrahlt. Und ich hoffe, in Zukunft immer wieder öfters. Also, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch den Film anschaut, wenn ihr euren Freunden und Bekannten, die sich vielleicht für dieses Thema interessieren, ein bisschen Bescheid gebt. Und ja, wenn er euch gefallen hat oder wenn er euch nicht gefallen hat, dann meldet euch einfach hier bei mir. Es würde mich sehr, sehr freuen und ich werde auch in den nächsten Tagen noch öfters mal auf diesen Film hinweisen. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch.